Ich bin Petja Genkow, ich bin Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück und ich forsche sehr intensiv über Stress und Migration, über Migrationserfolg, über interkulturelle Kompetenz und über positive Phänomene wie Lebenszufriedenheit und Glück. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich diesen Preis gekriegt habe, weil meine ganze Forschung über positive Phänomene geht und es ging meistens mir darum zu erfahren, wann werden Menschen erfolgreich, wann werden Menschen gut und glücklich und wie können wir negative Phänomene abbauen. Deswegen freue ich mich, dass das auch ein Statement ist für diese Preisverleihung, das Positive in jeder Situation zu sehen und natürlich auch interkulturelle Kompetenz und Migration als etwas Positives für alle zu betrachten. Danke!